Analala Lammgall, Bompimonser, Eung, Goy, 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 Goy. Eintretter, doch ich habe mich kaum geduckt. Das Held sieht es mich bereits beschämt an und hebt entschuldige Hände. Der dritten Würstler hat mich offensichtlich erwartet, wie bereits zu Feuerbütteln, der mir ein Nachrichtialbum als von Nada und Polo gesendt wurde. Wer auch immer das ist, der abgehackte Botschaft ist Ati Materie beigefügt, die ich von meinen geheimnisvollen Volt-Traten erhalten habe. Genug um Warpzellen für mein Hyperantip herzustellen. Doch nun kann ich sie lokalisieren, obwohl ich stark annehme, dass ich mich entscheiden muss, ob ich sie suche oder dem Atlas folge. Ich habe Ati Materie bekommen. So, ein neuer. Elf Platz. Ne, wie viel habe ich? Neun Platz. Werkbau-Scanner. Kampfverstärker. Kühlmittel, Strahlen, Desät, Plasma-Werfer. Also speichern wir. Aliens getroffen. Ach, ich bin sozial. Krasser Scheiß. So. Also dann. Oh, das kann man alles hochladen. So, nochmal speichern. Also dein, liebe Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Wenn du uns so gefallen hat. Lass mir gerne ein Follow da. Liebe YouTuber. Dürfen wir gerne ein Abonnement hinterlassen. Ja. Abonniert mich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschau Leute. Tschau Leute. Danke.